hey meine luci freunde ich bin wieder da und wir spielen die runde class of clans also ich wollte euch einfach mal wieder ein video machen weil es kam lang nimmer 1 und ich wollte einfach mal angreifen gehen und euch als berichten wie es bei mir gerade so ausläuft also eigentlich hatte ich ja vor gehabt dass ich jeden tag ein video macht aber irgendwie naja ich hatte vor gehabt dass ich vielleicht schon zweimal pro woche ein video macht aber dazu bin ich ja noch nicht so gekommen weil es immer mit freunden immer mehr gezockt habe ich habe mir mit freunden gesagt als ich ein video aufnehme also ich habe es mir auch anders vorgestellt aber ist halt so leider passiert ist halt ein bisschen blöd dass lange mehr videos kamen habe ich hoffe einfach dass euch dieses video wenigstens wissen gefällt dass ich wenigstens euch berichten kann was von mir gerade so abgeht ja ich muss gleich mich noch mal dran gewöhnen wenn ich abends zocke dass ich einfach aufnehmen wenn ich was gute folgen hin geschafft habe und dann am nächsten tag muss ich einfach bearbeiten und hat auf youtube stellen und habe ich halt nur nicht vergessen aber ist halt bei mir so passiert als ich einfach jeden tag leute getrockt habe und einfach nicht darauf geachtet habe dass ich auch scheiße ich muss ein video hochladen und ja habe als nächstes gearbeitet weiß auch irgendwie wissen ich wurde mäßig auf außer solche wegen schulen mäßig irgendwie halt bisschen probleme hatte nein ich kann sagen ich hat einfach niemals so dran gedacht dass ich jeden fall also dass ich jeden tag wie das aufnehmen soll und dass ich dann einfach an einem tag die einfach hochladen und wir arbeiten soll ja ist halt ein bisschen kacke gelaufen so ist es fort aber es halt ja wenn du es bekommen warum gehen wir hier rein keine ahnung ich hoffe einfach dass wir alles da haben bekommen weil ich habe hier das internet falsch spricht ja in meinem zimmer also ja also ich wollte einfach nur euch info geben dass ich nicht dass ich nicht inaktiv bin obwohl nur vor zwei tagen vor vier tagen das letzte video kam es liegt einfach daran dass ich einfach keine videos dass ich mit freunden getrockt habe und dann nicht halt manchmal nicht so aufgenommen habe also ich habe schon aufgenommen aber halt nicht durch solche gescheiten videos nicht so gescheite minecraft folgen geworden sind und dann halt auch nicht zum bearbeiten und dann und dann habe ich halt am nächsten tag hat nicht bearbeiten die videos und das ist halt der grund warum jetzt vor vier tagen das das minecraft video glaube ich kam aber heute hat zum beispiel mein neuer mein kumpel hat mir ein neues youtube banner gemacht finde ich voll mega nice der ist auf jeden fall in den kommen in den kommen also in der video beschreibung verlinkt den tue ich dann noch mal morgen also morgen ist er verlinkt in der video beschreibung also morgen mittag weil ich tue jetzt am handy aufnehmen und dass ich wenigstens euch bescheid gesagt habe dass auch videos kommen dass sie nicht ja also wenn ihr videos haben wollt und dann macht die glocke an und bleibt aktiv naja ich versuche bisschen aktiver zu sein als mindestens ich hatte ja mal idee gehabt dass ich mindestens zweimal pro woche ein videos ein auf meinem kanal bringt ich hoffe dass ich das jetzt weiter einhalten kann und so sehe gerade mein kleines dorf aus ich wollte eigentlich ohne sprungfalle verbessern eigentlich wollte ich hier ja noch angreifen ja also ich wollte einfach das ist sozusagen bei mir das stand jetzt das vor vier tagen also das letzte video kam ja warum ich jetzt kein minecraft tun habe keine klasse flamest tun das weiß ich jetzt auch nicht gerade eben hatte ich noch ein und ja jetzt habe ich den ton hier also das ist sozusagen einzig der grund warum ich keine videos mehr kam schatz getragen weil ich vergessen habe also ich habe schon videos aufgenommen aber es gab einfach keine gescheiten folgen zum hoch zum bearbeiten und zum hochladen und dann habe ich am nächsten tag habe ich vergessen videos also neue also alte videos zum bearbeiten und die hochladen weil ich lieber mit meinen mit meinen freunden gezockt habe minecraft und nicht so daran gedacht habe dass ich noch videos bringen soll weil ich gestern nicht nichts aufgenommen habe aber ja das ist der einzige grund warum keine videos kommen ich hoffe einfach es soll einfach jetzt ein kleines info video dankeschön das spiel das soll einfach jetzt ein kleines info video sein vielleicht geht es ungefähr fünf minuten habe gerade keine ahnung wann es angefangen habe auf jeden fall ich sage ich das war es ist mit dem kleinen clash of lans video also ja also als nächstes habe ich vor meine könig zu verbessern auf 25 und dafür brauchen auch 9000 dunkles minus 4000 sind gleich 5000 5000 dunkles zwischen auch farmen nachher und sein tisch könnte verbessern und ja also dann ich hoffe einfach euch halt trotzdem das kleine info video gefallen wenn ja freue ich mich gerne auf eine bewertung und dann sage ich ciao meine luigi freunde bis zum nächsten mal tschüss